So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben heute wieder was ganz besonderes für euch vorbereitet, denn der Adi kriegt wieder sein Türchen. Ramses kriegt sein Türchen. Adi Schatz, ja. Er hat vor einer Stunde seine Packung fressen bekommen. Eigentlich kriegt er den erst danach, damit er hier aussieht, als wäre er hungrig. Aber wie ich nun bemerke, ist er immer hungrig. Also ich kann auch ihn erst füttern und dann sein Türchen geben. Das hat den selben Effekt. Wir kommen heute zum Türchen Nummer 21. Hier ist nämlich schon fast alles auf. Vier Türchen sind noch zu und ich checke es immer noch nicht, weil wenn ich so schräg reingucke, ist in allen vier Türchen noch ein Tütchen drin. Eigentlich müsste in irgendeinem eins fehlen. Weil er ja ganz am Anfang irgendwann mal eins einfach so gegessen hat, was er da rausgewühlt hat. Vielleicht waren in der 24 auch zwei Stück und jetzt ist nur noch eins drin. Adi Schatz, warum halte ich dir das eigentlich hin? Das ist doch auch selten dämlich. Jetzt setz dich aber schön da rein. Das macht sich schon mal gut. Wir machen dir das jetzt mal auf. Ja. Und du kriegst hier dein Schmuggofatze. Der ist eine kleine Schweinenase. Wir müssen gleich den Stöpfe wieder reindrücken und den Rest ihm nämlich dann ins Waschbecken lieben. So, das schmeckt aber. Guckt euch das an. Alles voll genudelt. Den Rest packen wir hier rein. Einmal für dich. Bibi. Mann, ist der Dickmann. Und kommen zum, es geht um die Wurst, ja. Nur noch vier Türchen und noch vier Biere. Immer noch auf der Suche nach dem Superbier mit dem Superetikett. Wir haben jetzt heute hier die 21. Ich habe jetzt kein Fünf-Sterne-Etikett dabei gehabt, glaube ich. Und ich glaube, ich werde auch kein Fünf-Sterne-Etikett mehr finden. Heute geht es um Weltenburger Kloster. Gestern den ganzen Tag um Burger, ne. Burger hier, Burger da im Stream. Burgerlies. Und jetzt gibt es Weltenburger. Weltenburger Kloster. Hat wieder so ein pappiges Etikett. Sieht aus wie irgendeine Medizin. Weltenburger Klosterpilz. Da ist hier so eine Klosterlandschaft drauf. Es ist halt so ein, ja, so ein... Es ist historisch, ist es. Hier habt ihr auch da das Deutsche Rote Kreuz. Ist auch am Start. Und hier habt ihr ansonsten, naja, dasselbe nochmal. Noch halt groß. Blaue Schrift. Weltenburger Klosterpilz. Ein Kloster. Ein Wappen. Und Standard, oder? Standard. Sehr Standard. Aber diese blaue Farbe, weiß ich nicht. Blau? Wie ich an die 5.0er Dosen denke. Rot und schwarz und alles andere. Eine blaue gibt es ja, glaube ich, gar nicht. Von hier oben sieht es aus wie Bionade. Vom Stöpfel her würde mich jetzt gar nicht an ein Bier erinnern. Hat insgesamt aber 4,9%. Jeder Schluck ein feiner Genuss. Glanz, glanzfein und strahlend gelb. Dichter, fein, poriger Schaum. Feine Hopfen und Citrus, Arom, elegant und schlank. Ich würde für das Etikett, ich gebe mal 3 Punkte. Ich gebe mal einfach durchschnittlich 3 Punkte. Aber das ist ein Standard. So, kommen wir zum Schaum. Zur Farbe. Ja, die Schluck. Ja, ja, ja. So, wir füllen jetzt mal hier ein. Machen mal diesen. Der sieht, ja. Ist auf jeden Fall glasklar. Schaum hält sich zurück. Das ist gut. Das kriegt man hoffentlich jetzt alles rein. Nein, kriegt man nicht. Ich habe schon wieder zu schnell eingeschenkt. Bitte. Bitte. Gut, Rest ist egal. Habt ihr nichts gesehen. Wir haben Farbe. Es ist ein klares Bier. Es perlt wie Sau. Es könnte an sich sogar noch ein bisschen kräftiger sein. Dann wäre es wahrscheinlich eine 5. Ansonsten kann ich nichts aussetzen. Großartig. Gebe eine 4 bei der Farbe und bei Schaum. So stelle ich mir ein Bier vor. Wenn es jetzt trüb wäre und so hell. Oh mein Gott. So richtig spülmittelmäßig. Das passt. Das hat eigentlich eine gute Farbe. Wie gesagt, noch ein bisschen kräftiger. Noch ein bisschen goldener. Wird sogar eine 5 von mir bekommen. Ansonsten gute Farbe. Kann ich nichts sagen. Geruch. Riecht. Ziemlich neutral. Also einen Biergeruch vernehme ich jetzt nicht. Wenn dann eher noch eine ganz... eine ganz leichte, süßliche Note. Würde also von den 3 abweichen zu einer 4, glaube ich. Weil es nicht unangenehm riecht. Eher dann eher appetitlich. Aber total unscheinbar. Also 5 ist das nicht. Da fehlt noch die Biernote. Passt zu den restlichen Bewertungen. 4 bei Geruch. Nehmen wir einfach mal mit rein. Auch wenn es wirklich sehr, sehr dezent ist. Und kommen wir noch zum Geschmack. Gut Geschmack. Das wird auf jeden Fall keine 4. Auch keine 5. Jetzt müssen wir noch mal unterscheiden. Zwischen trinken und absetzen. Trinken und absetzen. Das sind zwei Sachen, die immer eine Rolle spielen. Beim Trinken merkt ihr eigentlich jetzt nicht richtig was. Das ist... Das ist wieder sehr leicht beim Trinken, könnte man sagen. Aber vielleicht zu leicht. Irgendwie wieder eine Art wässrig. Aber dann beim Absetzen kommt auch wieder eben dieses sehr Bittere durch. Für mich wieder sehr unangenehm. Also es ist mir zu wenig vom Geschmack beim Trinken. Und zu viel oder zu komischer Geschmack beim Absetzen. Deshalb wird es wohl von einer 3 runterrutschen auch auf eine 2, auf eine 1. Also es ist nicht ganz so schlimm wie andere 0, 1. Ich glaube, wir geben eine 2. Eine 2 beim Geschmack. Ich habe schon ein Schlimmeres erlebt. Auch beim Trinken und beim Absetzen. Wir machen eine 2. Eine 2 ist trotzdem noch irgendwo vertretbar. 2 von 5. Adi macht zu lange das Klo kaputt. Adi, nein, mach das nicht. Wir trinken den Rest noch aus. Würde sagen, das war es von meiner Seite aus. Es sind immer noch 3 Flaschen übrig. 3 Flaschen, 3 Türchen. Ist da noch das Superbier dabei. Das war es von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Euer Ramses. Der Schaup. Alles hängt im Hals. Dieser Schaup. Man kann es nicht mal richtig rülpsen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.